Vor einem halben Jahrhundert standen die Professoren unter dem Schock der Studentenbewegung, heute stehen sie unter dem Schock des Bologna-Prozesses. Der verläuft zwar weniger spektakulär, ist aber genauso folgenreich. Was damals die Anarchie noch nicht ganz erreichte, vollendet heute die Bürokratie, nämlich die Austreibung des Geistes aus der Universität. Kaum jemand stört sich mehr daran, dass der Student als Kunde behandelt und die Lehre als Dienstleistung verstanden wird. Wie in einem religiösen Zwangsritual beten auch Geisteswissenschaftler den Fetisch-Drittmittel an. Hinzu kommen Spartiktate der Politik, die Professoren dazu anhalten, selbst zu entscheiden, welches Pfund Fleisch sie sich vom eigenen Körper schneiden wollen. Angesichts dessen kann die Verzagtheit der Geisteswissenschaftler nicht erstaunen. Halbherzig schielen sie nach den alles legitimierenden Drittmitteln und entwerfen Projekte, die etwas mit Rassismus, Gender, Nachhaltigkeit oder Kampf gegen Rechts zu tun haben. Doch die Misere der Geisteswissenschaftler ist auch hausgemacht. Was als Aufklärung und Entzauberung geplant war, schlug rasch um in Voodoo Science. Gemeint ist der metaphorische Gebrauch von Wissenschaft, Mathematik als Imponiergehabe, pseudotechnischer Jargon und die gepflegte Esoterik des Dekonstruktivismus. Was dabei entsteht, ist leider zumeist nicht Interdisziplinarität, sondern im präzisen Sinne des Philosophen Harry Frankfurt Bullshit. Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Sowell hat einmal gesagt, es gäbe nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch künstliche Dummheit. Produziert an den Universitäten. Und tatsächlich haben Studenten und Professoren vor allem an geisteswissenschaftlichen Fakultäten heute eine gute Chance, in ein Treibhaus der Weltfremdheit hinein zu geraten. Man muss nicht mehr erwachsen werden, man wird emanzipiert. Das ist vielleicht die schwerste Folgelast der Studentenbewegung. Sie erholt sich heute als die Farce der politischen Korrektheit. Ihr Diskurs setzt sich zusammen aus Sprachhygiene, Moralismus und Heuchelei, aus Sozialkitsch und einer politisch gefährlichen Perversion der Toleranz. Der Ton dieses akademischen Diskurses wird immer schärfer. Denn man wird politisch aggressiv, wenn man theoretisch nicht mehr weiter weiß. Mit Wissenschaft hat dieses Treiben deshalb nur noch wenig zu tun. Mit ihren Studies, ob Black Studies, Critical Whiteness, Gender Studies oder Postcolonial Studies, sind die Universitäten heute Treibhäuser für das Ressentiment all derer, denen man beigebracht hat, sich beleidigt und benachteiligt zu fühlen. Und sie sind natürlich auch Treibhäuser des Schuldbewusstseins der Weißen. Um hier zu überleben, darf man dumm sein. Aber man darf nicht von der Parteilinie abweichen. Deshalb lernen die Studenten rasch, bestimmte Begriffe zu verwenden, mit denen man die eigene Tugendhaftigkeit signalisiert. Nachhaltigkeit, Teamfähigkeit, Netzwerk, ökologischer Fußabdruck, Multikulturalismus, Intersektionalität, Gruppenidentität und so fort. Leider ist das nicht nur ein Problem für die Bildungsanstalten. Eine Gesellschaft, die sich weder an Religion noch an bürgerlicher Tradition und gesunden Menschenverstand orientieren kann, wird zum willenlosen Opfer eines Tugendterrors, der in Universitäten, Redaktionen und Antidiskriminierungsämtern ausgebrütet wird. Man darf ihn übrigens nicht offiziell als politische Korrektheit ansprechen. Das wäre politisch unkorrekt. Alan Kors und Harvey Silverglade haben in einem eindrucksvollen, beklemmenden Report über den akademischen Verrat an der Freiheit, die heutige Universität als den größten Feind der freien Gesellschaft bezeichnet. Denn die Universität behandelt die Studenten heute nicht mehr als Individuen, sondern als Verkörperungen von Gruppenidentitäten und unterrichtet sie entsprechend in Gruppenrechten. Die neuen Ingenieure der Seele arbeiten mit Sprachcodes, Gruppenidentitätszuschreibungen und Trainingscamps für Sensitivity und Awareness. So hat die Universität von Washington einen Sprachleitfaden herausgebracht, in dem vor problematischen Wörtern gewarnt wird. Gemeint sind rassistische und sexistische Begriffe, aber auch Wörter, die in irgendeiner Weise irgendjemanden herabsetzen oder beleidigen könnten. Angestrebt wird eine inklusive Sprache, in der sich alle wohlfühlen. Die Sprachpolizei der politischen Korrektheit möchte nicht, dass wir diskriminieren und das heißt unterscheiden. Niemand und nichts darf besser oder schlechter sein. Da aber jede Bestimmung, jede Definition unterscheidet, kann man in der inklusiven Wohlfühlsprache eigentlich gar nicht mehr klar formulieren. Das führt dazu, dass man sich ständig fragt, kann man das noch sagen? Viele flüchten sich dann ins Schweigen. Wenn man aber nicht mehr weiß, was erlaubt und verboten ist, lebt man in einer Despotie. Und jeden Tag tauchen neue, problematische Wörter auf. Wer etwa das Wort Individuum benutzt, weckt den Verdacht, gegen den heiligen Geist der Gruppe zu sündigen. In dieser Schatten-Universität der politischen Korrektheit ist die offene Diskussion freier Individuen längst durch Zensur, Einschüchterung und Indoktrination ersetzt worden. In der Vergangenheit diskriminierte Gruppen sollen durch positive Gegendiskriminierung wieder Gutmachung erfahren. Und weil Freiheit für die politische Korrektheit ein Nullsummenspiel ist, müssen dafür die weißen Männer büßen. Wer widerspricht, wird nicht widerlegt, sondern zu schweigen gebracht. Und so breitet sich ein ewiger Friede des Intellekts aus. Niemand wagt es, einem unabhängigen Gedankenzug zu folgen. Und deshalb gibt es auch keine großen Denker mehr. Wer die Welt retten will, ist krank. Die Überempfindlichkeit der Asperger-Patientin Greta Thunberg scheint zum Maß aller Dinge geworden zu sein. Der utopische Sozialist Fourier meinte einmal, dass Universum und Mensch einen einzigen Körper mit einer einzigen Haut bilden, sodass jeder jeden Schmerz spürt. Das beschreibt die Hypersensibilität der Generation Greta sehr gut. Hypersensibilität bedeutet, dass man mehr leidet, obwohl man weniger Grund dazu hat. Nicht erst seit Fridays for Future spielen Schüler und Studenten hier eine Schlüsselrolle. Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Eric Erickson hat schon vor Jahrzehnten beobachtet, dass in den westlichen Ländern gerade die wohlhabenden, gebildeten Jungen in einem psychosozialen Moratorium leben. Das klingt komplizierter, als es ist. Psychosoziales Moratorium meint, dass die Menschen, die sehr lange Ausbildungszeiten durchlaufen, also in der Regel Gymnasium und Universität, eine Auszeit von der Gesellschaft nehmen. Sie müssen in dieser langen Zeit der Bildung weder soziale noch politische Verantwortung übernehmen. Sie leben meistens als Singles oder auf Kosten des Staates und des Elternhauses. Diese Ferne von der harten gesellschaftlichen Realität führt leicht zu stark verzerrten Weltbildern. Aber diese Weltbilder sind aufgrund der differenzierten Bildung unserer Schüler, Studenten und jugendlichen Akademiker oft extrem intellektualisiert und können deshalb vom gesunden Menschenverstand nicht erschüttert werden. Kurzum, den Bildungsprozessen fehlt die Realitätskontrolle. Sie produzieren sehr intelligente, aber unreife Menschen. Man könnte von sozialer Blindheit auf höchstem Niveau sprechen. Analog zur Evolution mit ihren drei Phasen der Variation, Selektion und Restabilisierung hat man früher drei Stufen des Erwachsenwerdens unterschieden. Am Anfang stand das Neugierverhalten, das für Variationen sorgte. Dann stieg man die Sprossen der Karriereleiter hinauf. Das war die Phase der Selektion. In der abschließenden Restabilisierungsphase des Erwachsenwerdens sorgte man dann für Sicherheit, also die Sicherung des Erreichten. Gereifte Männlichkeit, wie sie noch Max Weber möglich schien, versuchte nicht, der eigenen Vergangenheit zu entkommen, sondern sie zu strukturieren. Und das bedeutete umgekehrt, dass man genau in dem Maße erwachsen wurde, in dem man aufhörte, sich die Zukunft als Glück oder als Unglück auszumalen. Mit anderen Worten, erwachsen war man also erst, wenn man in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen war. Doch davon kann tatsächlich nur noch in der Vergangenheitsform die Rede sein. Denn das psychosoziale Moratorium, also das verzögerte Erwachsenwerden, wie es früher eben nur für Schüler und Studenten typisch war, ist zur Lebensnormalform geworden. Peter Pan ist das heimliche Idol unserer Zeit, die verkörperte Weigerung, erwachsen zu werden. Früher war man als Jugendlicher rot und ist dann nachgedunkelt. Heute bleibt man grün, auch wenn man längst grau geworden ist. Das heißt, man wird nicht mehr erwachsen. Es passt ins Bild, dass sogenannte Sprachkritiker den Negativpreis, Floskel des Jahres, an das Wort Eigenverantwortung verliehen haben. Denn erwachsen werden zu sollen, erscheint dem Zeitgeist schon als unverschämte Zumutung. Sarah Lee Heinrich, die neue Bundesvorsitzende der grünen Jugend, hat vor einigen Jahren Tweets veröffentlicht, deren Niveau schwer zu unterbieten ist. Als dies aufgedeckt wurde, erntete sie einen Shitstorm, der bis zur Morddrohung reichte. Danach wurde eigentlich nur noch über diese beschämenden Reaktionen berichtet. Was Frau Heinrich selbst betrifft, so verteidigte man sie mit dem Hinweis, sie sei damals erst 15 Jahre alt gewesen und unterstellte damit, das sei heute anders, nämlich sie sei erwachsen. Genau das aber ist die Frage. Sind ihresgleichen erwachsen? Man stellt sich diese Frage ja auch bei dem hysterischen Geschrei von Greta Thunberg, der peinlichen Pseudo-Authentizität von Rezo, den Phrasen der deutschen Managerin von Fridays for Future, Luisa Neubauer. Greta Thunberg ist die Ikone einer Protestbewegung, die in Butter schneidet. Sie klagt die Gesellschaft an und wird dafür von der politisch-medialen Elite gelobt. Ihre Kindlichkeit gilt als Echtheitsmerkmal. Aber sie ist längst zur Celebrity geworden und ihre Auftritte waren wohl immer schon Marketing für die Klimaindustrie. Der gemeinsame Nenner der jugendlichen Umweltaktivisten und der Jugendorganisationen unserer großen Parteien ist ein freischwebendes Linksextremsein, das geradezu stolz darauf ist, unberührt von der Wirklichkeit zu sein. Diese Bewegungen und Organisationen haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sind lustfeindlich, doktrinär und humorlos. Damit bieten sie nicht nur den neuen Jakobinern, sondern auch den neuen Viktorianern eine Heimat. Das Schöne am Leben der Kinder ist, dass man ihnen ihre Verantwortungslosigkeit und ihr unbegrenztes Anspruchsdenken nicht übel nimmt. Viele Eltern honorieren das, indem sie ihre Kinder nicht mehr erziehen, sondern vergöttern. Auch das wird an Greta sehr deutlich. Sie darf maßlose Forderungen stellen und kann sich unter dem Beifall der Welt zugleich als bedauernswertes Opfer stilisieren. Die Kinder werden so sehr verwöhnt, dass sie ihre Aggression nach außen wenden müssen, als Strafpredigt gegen die Erwachsenen. Das verschafft ihnen die narzisstische Befriedigung, sich für besser zu halten als die anderen. Und genau das beobachten wir heute bei Jugendbewegungen wie Fridays for Future. Deshalb müssen wir heute eine Korrektur an Neil Postmans bekannter These anbringen. Nicht die Kindheit verschwindet, sondern die Welt der Erwachsenen. Man wird nicht mehr erwachsen. Die Prozesse der psychosozialen Reifung werden frühzeitig unterbrochen und im Gegenzug werden alle möglichen Formen von Regression normalisiert. Dan Kiley hat also mit seinem schon in den 80er Jahren beschriebenen Peter-Pan-Syndrom recht behalten. Die entscheidenden Charakteristika dieses Typus sind Verantwortungslosigkeit, mangelnde Selbstdisziplin, Tagträumerei, Gruppenkult und Narzissmus. James Burrys Kinderbuchheld Peter Pan, der im Nimmerland sein Leben als Spiel verbringt, scheint heute aktueller denn je. Nichts anderes meinte wohl auch der Kulturhistoriker Johann Heusinger, als er unserer Kultur Puerilismus bescheinigte. Für den Puerilismus sind Maßlosigkeit im Urteil und Unduldsamkeit gegenüber anderen Meinungen charakteristisch. Kindlich ist ein Verhalten, das die ärgerliche Komplexität der Welt plattschlagen will. Und stets ist es ein Herz für das Gute, das alles für alle will. Nur das Beste ist dann gut genug und erreicht werden soll es mit einem Schlag. Das Bestehende erscheint als katastrophischer Prozess, der nur noch eine Option offen lässt, nämlich die Notbremse zu ziehen. Entsprechend behauptet jede infantile Politik, es gäbe zu ihr keine Alternative und es sei fünf vor zwölf. Wer unsere Bildungsanstalten verlässt, ist oft rhetorisch und theoretisch hervorragend geschult, aber realitätsfremd und für den gesunden Menschenverstand unerreichbar. In der Verteidigung seiner abstrusen Theorien geht er dann bis zur Realitätsverleugnung. Und so unterscheiden sich die streikenden Schüler, die woken Studenten und die akademischen Intellektuellen in ihrer Reaktion auf die Unübersichtlichkeit und Komplexität der modernen Welt oft gar nicht so sehr von den ihnen so verhassten Populisten. Auf beiden Seiten herrschen Emotionalisierung, Trotz und Wut vor. Wie die Populisten sind auch die jugendlichen Aktivisten infantile Politiker. Die größte Gefahr geht dabei von denen aus, die behaupten, es sei keine Zeit mehr zum Nachdenken. Jetzt müsse man handeln. 1985 hat Herbert Grönemeyer das Lied Kinder an die Macht gesungen. Heute scheint sich dieser Wunsch zu erfüllen. Schon lange fordern Linke ja eine Absenkung des Wahlalters. Und bei den letzten Bundestagswahlen sollten Oma und Opa, diese Umweltsäue, ihre Stimme an die Enkel abgeben. Die öffentlich-rechtlichen Medien vermitteln den Eindruck, dass die politische Agenda von Fridays for Future, also den Gretas, Luisas und Rezos, bestimmt wird. In Talkshows mit Publikumsbeteiligung gibt es schon lange ein Casting der Bürger, die die richtigen Fragen stellen. Das genügt heute aber nicht mehr. Jetzt werden Kinder von linken Aktivisten präpariert, die ihnen buchstäblich vorsagen, was sie meinen sollen. Man kennt das ja noch aus der DDR und aus China. Die politisch-mediale Elite setzt immer mehr auf infantile Emotionalität. Von Kindern erwartet man nicht, dass sie argumentieren. Aber was sind schon Argumente gegen Wut und Tränen? Das Kindliche gilt als das Authentische. Schon in der Schule bringt man den Kindern bei, die Erwachsene anzuklagen und sich für Repräsentanten der Zukunft zu halten. Als könnte die Weisheit von Kindern in einer überkomplexen Welt Orientierung anbieten. Als ob sie einen unschuldigen Blick auf die Wirklichkeit werfen können. Seit Herbert Grönemeyer Kinder an die Macht sang, blüht dieser Kitsch des politischen Infantilismus. Dazu gehört auch die ebenso sentimentale wie schwachsinnige These »Die Erwachsenen hätten die Erde nur von den Kindern geborgt«. Dass Kinder sich als politische Aktivisten aufspielen, ist aber nur möglich, weil Erwachsene sich wie Kinder behandeln lassen. Das war als amerikanische Re-Education im Nachkriegsdeutschland wohl unvermeidlich und vielleicht auch segensreich. Den wohlfahrtsstaatlichen Paternalismus aber tun wir uns selbst an. Es gibt ja heute kaum mehr einen Lebensbereich, in dem man nicht von staatlichen Stellen wie ein Kind in die richtige Richtung geschubst wird. Nudge nennt man das. Am 14. Januar 2015 besuchte Cass Sunstein Berlin. Am 14. Oktober nahm der damalige Justizminister Heiko Maas auf einem Handelstag Abschied vom mündigen Konsumenten. Diese Daten sollte man sich merken, denn sie markieren eine neue deutsche Politik. Wer ist Cass Sunstein? Er ist eigentlich ein amerikanischer Rechtsprofessor, interessiert sich aber vor allem für die sogenannte Verhaltensökonomie. Es geht dabei schlicht um die Frage, wie man das Verhalten der Leute verändern kann. Das Resultat seines Nachdenkens findet sich in einem Buch mit dem Titel Nudge, zu deutsch etwa Der Schubser in die richtige Richtung. Im Klartext geht es um eine Art Sozialvormundschaft. Sunstein und sein Co-Autor Richard Thaler definieren die von ihnen vorgeschlagene Politik als libertären Paternalismus. Mit dieser Paradoxie wollen sie uns weismachen, ein vormundschaftlicher Staat könnte unsere Freiheit schützen. Cass Sunstein ist für seine Erfindung des Nudge mit einem Posten in der Administration Barack Obamas belohnt worden. Und sein Kollege Richard Thaler hat dafür gesorgt, dass die englische Regierung eine Nudge-Unit eingerichtet hat. Da war es natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Bundesregierung nachgezogen hat. Die damalige Bundeskanzlerin Merkel nannte das, worum es hier geht, wirksames Regieren. Die neue Politik soll darin bestehen, zu schubsen statt zu verbieten. Wir sollen unsere Organe spenden und für das Alter vorsorgen. Wir sollen Energie sparen und uns gesund ernähren. Man erinnere sich nur an die typisch grüne Idee eines Veggie-Day. Doch will man uns das richtige Leben jetzt nicht mehr vorschreiben, die Politik will es uns nur erschweren, Nein dazu zu sagen. Das paternalistische Patentrezept des Nudge ist rasch erklärt. Wenn es um Themen wie Gesundheit, Bildung oder Altersvorsorge geht, helfe es den Menschen nicht, wenn man ihnen eine Fülle von Wahlmöglichkeiten anbietet. Je komplexer die Lage ist, desto wichtiger werde ein Sozialdesign, das die Bürger und Kunden in die richtige Richtung schubst. Der Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates will mich also vor meiner Willensschwäche und Irrationalität schützen. Andere tun für mich, was ich selbst tun würde, wenn ich bei klarem Verstand wäre. Nudge bedeutet, die Leute, die nicht wissen, was gut für sie ist, brauchen kompetente Menschen, die ihnen ihre Entscheidungen wohltätig beeinflussen. Die modernen Paternalisten gehen also davon aus, dass einige Politiker und Experten den legitimen Anspruch haben, das Verhalten anderer Leute so zu beeinflussen, dass diese länger, gesünder und besser leben. Das bedeutet aber, dass die staatliche Daseinsvorsorge zur Politik der positiven Wohlfahrt erweitert wird. Nun ist es ja schon lange so, dass die Politik ein Netz präziser kleiner Vorschriften über die Existenz eines jeden ausgebreitet hat und uns auch in den einfachsten Angelegenheiten vom vorsorgenden Sozialstaat abhängig macht. Aber jetzt geht der vormundschaftliche Staat noch einen Schritt weiter. Politik wird therapeutisch. Das Glück wird als universalisierbarer Wert verstanden und deshalb kann sich die positive Wohlfahrtspolitik als Entwicklungshilfe für den überforderten Einzelnen begreifen. So wird Politik zum Glückszwangsangebot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017